hallo liebe schlagzeuger ich bin matthias von time to move und heute spiele ich euch die nummer 12 aus der drum basics im medium tempo 65 beats pro minute hier also 65 beats pro minute hier geht es um acht noten acht pausen ihr wisst straight system ich möchte gerne dass ihr acht noten mit rechts führt und die uns also die einzelnen auf und die man mit links erzählen einfach ab und 1 2 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 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 dritte zeile 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Siebte Zeile. 1, 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1. 2 und 3 und 4 und 1 und 3 und 3 und 4. Achte Zeile, 2, 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4, 1, 2, 3 und 4. Die neunte, 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und 1, 2, 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 3 und 4. so viel zügung zwölf viel spaß beim mitbielen ciao